Hier vorne in der Kurve warst du schon ein bisschen schnell. Hast du das gemerkt? Da kommen große Pferdkräfte dann auf dich zu. Aber das ist alles kein Problem, das Fahrzeug kann nicht umkippen. Einen noch. Und dann machen wir Mittag. Und dann, wenn das vorbei ist, dann guckst du hier unten und dann darf nur die grüne Lampe brennen. Dann fährst du weiter, beschleunigst immer noch und dann beginnst du zu verzögern. Und du musst nur am Gas verzögern. Du musst hier gar nicht bremsen. Du machst es sowieso früh genug. Und dann, wenn du langsam wirst, dazwischen fährst du einspurig. Vielleicht ein bisschen an der Lenkung probieren, wie das reagiert. Dann merkst du das Motorrad. Und dann runterdrücken. Fahrwerk raus. Super! Super! Rund, runter das Ding. Das war nicht umgeschmissen. Ja, das ist gut. Absolut gut. Matthias, spitzmäßig. Gleich beim ersten Mal super. Ja, und jetzt machen wir es noch einmal. Und dann noch einmal. Und wenn es dreimal hintereinander gut ist, dann kann nichts mehr passieren. Dann gehen wir in die Gaststätte, machen dort eine Pause. Und nachher kommen wir nochmal hierher und dann machen wir halt noch ein bisschen komplizierter mit. Dann runden fahren, kurven fahren und so weiter. Und abends ist der Messe hier. Okay? Okay, okay. Also jetzt, Konzentration nicht nachlassen. Nein, nein. Türe zu, Motorstart und noch einmal A genau gleich. Ja. Okay, danke.